Ja, schön, dass du hier warst, bei einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Storytelling. Immer wieder erlebe ich es, dass zwar dem Thema immer mehr Bedeutung zugewiesen wird, aber sehr viele Fehler im Umgang damit gemacht werden. Ich habe heute mit Laura Lewandowski eine echte Storytelling-Expertin. Sie hat mit Smart Chiefs die erste deutsche Storytelling-Akademie gegründet vor rund zwei Jahren. Und ich möchte mit ihr über ihre Erfahrungen sprechen rund um das Thema. Sie ist selber LinkedIn Top Voice, hat über 30.000 Follower und setzt genau das um. Storytelling auf LinkedIn. Und ich möchte sie darüber befragen, wie sie allgemein auf das Thema blickt, aber insbesondere auch ganz speziell auf ihre Person. Was sind ihre Erfolgsfaktoren? Wie geht sie an das Thema heran? Wie hat sie begonnen? Wie hat sich das weiterentwickelt? Welche Content-Formate funktionieren gut oder wie geht sie insbesondere an das Thema heran? Auch das Thema Content-Recycling ist ein Thema, was wir besprechen. Und da stellen wir ganz zum Schluss des Podcasts, den ich euch mitgebracht habe, noch eine spannende These auf, die das ganze Thema revolutionieren könnte. Was damit genau gemeint ist, das müsst ihr euch natürlich anhören. Von daher freue ich mich, wenn ihr in den Podcast reinhört. Viel Spaß damit. Auf geht's. Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich die Laura Lewandowski zu Gast. Sie ist ja LinkedIn Top Voice, hat glaube ich über 30.000 Follower, hat Deutschlands erste Storytelling-Akademie gegründet, die vom Geschäftsmodell auf einem Newsletter basiert. Da erfahren wir aber gleich noch mehr zu. Und wir wollen heute über das Thema Storytelling sprechen. Erst im ersten Teil sehr allgemein. Was sind so ungenutzte Potenziale? Was sind ihre Erfahrungen, wie Storytelling in Unternehmen funktioniert? Welche Erfolgsfaktoren gibt es? Dann im weiteren Verlauf des Podcasts erfahrt ihr, wie Laura mit dem Thema umgeht, insbesondere auch bei LinkedIn. Welche Erfahrungen, welche Learnings sie gemacht hat, mit welchem Konzept sie rangeht, wie sich das von damals auf heute vielleicht verändert hat, was ihr wichtig ist und welche Art von Stories, Content bei ihr sehr gut funktioniert und wie sie das Ganze auch dann entsprechend auf die anderen Kanäle verteilt. Also Stichwort Content Recycling. Auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir im Podcast sehr ausführlich besprechen und wo wir, ja ich hätte mal nicht nur Ideen kreieren, sondern vor allen Dingen eine These ganz zum Schluss aufstellen, die, glaube ich, die gesamte Content Recycling Welt verändern, revolutionieren wird. Was das genau ist, das müsst ihr euch natürlich im Podcast anhören. Ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ins Gespräch ein. Viel Spaß, auf geht's. Ja, Laura, ich habe dich schon kurz vorgestellt, aber ich glaube, es macht Sinn, dass du dich selbst nochmal vorstellst, wer bist du und was machst du und dann steigen wir auch so richtig ins Thema ein. Ja, vielen Dank, Thomas. Kurze Intro zu mir, ich bin Laura Lewandowski. Viele kennen mich noch aus dem Journalismus. Ich bin eine der Top 30 Journalistinnen Deutschlands gewesen, war lange Zeit bei der Deutschen Presseagentur, bin allerdings jetzt seit fünf Jahren eigenständige Medienmacherin, Schrägstrich Creatorin und habe ein eigenes Newsletter-Medienbusiness aufgebaut. Das Ganze nennt sich Smart Chiefs und da teile ich jede Woche Tipps rund um Performance, Wellbeing, aber auch vor allem die Frage, die ich in meinem Leben versuche zu beantworten und seit Jahren mache bzw. beantworte und zwar, wie wir als Solopreneure unser Wissen online skalieren können und dabei trotzdem noch eine gute Zeit haben. Also Wellbeing steht ja ganz klar im Vordergrund. Ich bin sehr aktiv auf LinkedIn, LinkedIn Top Voice, habe einen YouTube-Kanal mit fast 50.000 Abonnenten, sehr aktiv auf Instagram und ja, würde sagen, ich habe mich auf jeden Fall für die Storytelling-Karriere entschieden. Absolut, das kann man so sehen und ich glaube, das Spannende ist ja, ich habe hier und da auch schon einen Podcast gemacht zum Thema Storytelling, aber ich glaube, die große Kunst ist es auf der einen Seite für sich als Unternehmen erstmal zu identifizieren, welche Kanäle kommen in Frage, da kommen wir gleich zu. Auch, was sind überhaupt ungenutzte Potenziale, das hört sich immer so einfach an, aber die erstmal zu identifizieren, das ist ja das Schwere und da kommen wir gleich auch zu. Bevor wir das aber machen, die Fragestellung erstmal an dich, kann jeder Storytelling lernen? Du hast eben gesprochen von deiner Storytelling-Akademie. Ist da nicht eine gewisse Kreativität notwendig, Leidenschaft für das Thema Content? Also was sind Voraussetzungen, um das Thema überhaupt angehen zu können? Weil das eine oder andere Unternehmen beschäftigt sich vielleicht damit, hat dieses Buzzword schon mal gehört und was ist so aus deiner Erfahrung her so, ja das Fundament, damit man da auch wirklich durchstarten kann? Genau, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich komme aus dem klassischen Journalismus und Handwerk, genauso wie ein Kleidschneidern oder ich nenne es mal Tischreinern, trifft auch auf Storytelling zu. Ja, Leidenschaft ist natürlich super und wenn ich Bock auf was habe, dann bin ich grundsätzlich natürlich immer besser, aber ich kann eigentlich nur unterschreiben, dass Storytelling ein Handwerk ist, das man lernen kann, das jeder lernen kann, das wahnsinnig viel Übung braucht, aber wenn ich mir einen Tisch in die Küche stelle, dann würde ich den jetzt auch nicht von einem Amateur zusammenbauen lassen, auch wenn man mit Sicherheit an diesem Tisch essen könnte. Die Frage ist immer nur, auf welchem Niveau möchte ich Storytelling betreiben oder auch an welchem Tisch möchte ich wirklich essen? Aber ich bin komplett bei dir. Eine Leidenschaft dafür ist schon essentiell, weil am Ende sind es eigentlich immer die Nuancen und wir leben in einer Welt, in der Content King ist, würde ich sagen, oder Queen, wie auch immer man es nennen möchte und Gary Vaynerchuk, wer ihn kennt, weiß, er ist so der Social Media Guru und einer der erfolgreichsten Investoren aus den USA, der sagt immer, every company is a media company in diesen Zeiten und ich glaube, der Trend wird sich einfach nur noch verstärken. Wer da draußen eine Botschaft hat, der kommt eigentlich um Content nicht drum herum und das ist vollkommen egal, wie groß die Firma ist. Also das kann ein DAX-Unternehmen sein, die haben sowieso ein riesiges Social Media Team, es kann aber auch der Einzelunternehmer sein, das kann eine Bäckerei sein, das kann auch eine Tischlerei sein. Jeder hat das Potenzial, online zu gehen und vor allem Content um sein Produkt herum zu bauen, weil es ist nicht mehr so, dass früher in einem Dorf gibt es einen Experten, eine Schreinerei, die dir eben das baut, sondern entscheidend ist, dass du natürlich international, national wahnsinnig viele Kunden gewinnen kannst und die gewinnst du nicht, indem du denen einfach nur dein Produkt zeigst, sondern indem du ein Verlangen, eine Sehnsucht kreierst, ein Zugehörigkeitsgefühl. Ich will auch, um mal beim Tisch zu bleiben, eine der Menschen sein, die ein Designer-Piece im Haus stehen hat oder vielleicht bin ich auch einer, der super praktisch mit einem Tisch campen gehen will und ich bin einer dieser Abenteurer da draußen. Also jede Geschichte schafft eine Identifikation und dementsprechend folgt sie eigentlich auch immer den gleichen Mustern. Nur, wie ich gesagt habe, es gibt so viel Content da draußen, man muss wissen, wie man es macht. Was ist aus deiner Sicht so die größte Veränderung? Also ich meine, früher war so das Thema Performance-Marketing, Branding, man hat Paid-Kampagnen geschaltet. Mit den Social Networks ist das zum Teil immer noch der Fall, aber die Kommunikation insgesamt hat sich verändert und das, was du auch gesagt hast, man will vielleicht dabei sein, man will sich identifizieren, aber auch so dieser Gedanke der Community-Aufbau rund um ein Unternehmen, ein Produkt ist extrem wichtig und da spielt natürlich Content, auch Storytelling eine ganz wichtige Rolle. Wie ist so dieser Evolutionsprozess aus deiner Sicht in den letzten Jahren erfolgt? Also du hast ein wichtiges Wort angesprochen und zwar das Thema Community und ein gutes Beispiel an der Stelle ist Airbnb. Man könnte jetzt sagen, das ist einfach eine Plattform gewesen, die Wohnungen vermittelt hat. Das ist natürlich maximal unsexy. Deswegen kam sie dann irgendwann, glaube ich, mit dem Claim auf, wir geben Menschen ein Zuhause und es arbeiten tatsächlich eigens dafür eingestellte Community-Manager nur daran, dass Airbnb ein Zuhause sozusagen für Menschen wird, die gleich denken. Also das heißt, du bietest Menschen durch eine Community, durch Geschichten eine Gemeinschaftlichkeit, eine Zugehörigkeit. Du schaffst im Endeffekt die Möglichkeit, dass sie sich über das Produkt hinaus verbinden, austauschen, ihre Services anbieten, Freundschaften knüpfen. Und was ich hier halt so wahnsinnig wichtig und spannend finde, ist, dass es eigentlich so ein kompletter Lebenszyklus ist. Zuerst fängst du mit wenigen Leuten an, dann wird das Ganze größer, dann musst du aber irgendwann Guidelines und richtige Werte wie innerhalb einer Familie aufstellen oder wie in der Schulklasse, ja, also dass nicht jeder dir auf der Nase rumtanzt, sondern dass man sich schon wirklich daran hält. Dann irgendwann, wenn du wahnsinnig erfolgreich bist, kann es sogar sein, dass deine Community das Customer-Management für dich übernimmt. Also zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade kein Name an, aber es gibt Firmen, die im Endeffekt ihre eigenen User-Probleme beantworten lassen, indem sie vorne eröffnet haben. Und bei Notion beispielsweise. Also es gibt, Notion ist diese Plattform, die uns eigentlich hilft, super gut Tools zu organisieren und wahnsinnig viele, ich sag mal, Möglichkeiten hat, um Notizen anzulegen, in Gruppen zu arbeiten und so weiter, falls es jemand nicht kennt. Und wenn man Notion googelt, dann gibt es wirklich so richtige Ambassadoren da draußen, die komplette YouTube-Videos aufgenommen haben, die alle Notion-Tricks kennen und so richtige Hardcore-Fans sind und im Endeffekt Notion der Firma selber die Arbeit abnehmen, weil die Notion so geil finden, dass sie eben ein richtiges Netzwerk daraus gebaut haben. Und das ist natürlich so das ultimative Glück für eine Firma, wenn sie das hinkriegt. Aber ich glaube, den Punkt, den man in jedem Fall ansprechen kann, auch wenn man jetzt keine eigene Community in dem Stil aufgebaut hat, ist, dass der Content oder das Storytelling einfach einen educational Charakter annimmt. Also das heißt, ich bilde Menschen in meinem Bereich weiter, um jetzt mal wieder beim Tisch zu bleiben. Ich kann einen Tisch bauen und ich kann den auch verkaufen, aber viel spannender wäre es doch vielleicht auch, Leute über Nachhaltigkeit aufzuklären, vielleicht Menschen überhaupt erst mal zu erklären, woher kommt eigentlich unser Holz, was passiert damit, wie halte ich das wirklich langlebig, also so ein Mix aus Service und Weiterbildung. Und ich glaube, dann wird eine Brand wirklich attraktiv, wenn sie das schafft. Absolut. Nebenbei, ich bin Notion Ambassador, habe auch fast 100 Videos dazu gemacht. Ja, ist perfekt. Ja, ja, das einfach nur mal als Tipp und ich weiß völlig, was du meinst und ich habe es in meinen Unternehmen auch eingeführt und wir arbeiten da in Teams zusammen und es klappt wunderbar. Also von das einfach nur mal nebenbei. Was mich natürlich interessieren würde, du hast es eben gesagt, das Stichwort Community Storytelling ist sehr viel mit Authentizität. Wie schaffen es Unternehmen, wirklich authentisch zu kommunizieren? Also je größer das Unternehmen, desto schwerer ist das. Ein Solopreneur, der hat, ich sage mal, sich als Person, vielleicht gerade dabei, eine Personenmarke aufzubauen, da ist so Authentizität zu spielen, um die eigene Person relativ einfach. Schwieriger wird es ja, wenn das Unternehmen größer ist, wenn ein anderes, ein größeres Produktportfolio da ist, wenn wir beispielsweise mal an einen Online-Händler denken, der vielleicht sogar Tausende, Zehntausende von Produkten hat. Wie mache ich das? Und wie kann ich da rangehen, um auch so eine klare Linie zu zeigen und auch da trotzdem, ich sage mal, im Storytelling Erfolge verzeichnen zu können? Also ich finde, hier muss man eigentlich differenzieren. Wenn das ein Online-Händler ist, mit Dutzenden oder Tausenden Produkten, zielt deine Frage darauf ab, ob der jetzt Storytelling für ein Produkt machen möchte? Oder richtet der sich jetzt an B2B, an seine Großkunden, die dann wiederum... Nee, an sein Hauptthema. Also es kann ja sein, ich kann ja hunderte von verschiedenen Produkten haben, die auf ein Thema ausrichten. Keine Ahnung, Fashion für Frauen. So, dann habe ich nicht nur ein Produkt, sondern ich habe unter Umständen ja viele hunderte Produkte. Und dann muss ich ja trotzdem es irgendwie schaffen, den Fokus zu haben, authentisch zu sein. Also die Erfolgsfaktoren, die du eben auch schon genannt hast, Community aufbauen, ist dann sogar noch am naheliegendsten zu sagen, je mehr, desto größere, eine größere Fanschaft kann ich quasi erreichen. Aber wie schaffe ich das in dem Segment oder in dem Bereich dann? Also ich würde in so einem Fall, wenn das tatsächlich Produkte sind, die sich vielleicht an eine grobe Zielgruppe richten, wobei, wenn es wirklich tausend Produkte sind, dann bin ich mir sicher, dass das nicht nur Produkte für eine ganz konkrete Zielgruppe sind, sondern mit Sicherheit auch irgendwie jüngere Leute, ältere Leute, Frauen, Männer etc. Also da würde ich, glaube ich, ganz generell sagen, muss man sich im Unternehmen immer die Frage stellen, für welche Werte stehe ich? Und dann zu gucken, welche Werte fließen davon immer in das jeweilige Produkt ein? Und ich glaube, diese komplette Geschichte kann man in dem Fall dann nur sehr breit erzählen. Ich nehme jetzt mal DM, die haben x Filialen, die sind im Grund natürlich alle gleich. und von DM selber, die wiederum ganz viele andere Produkte unter sich haben, musst du ja auch im Endeffekt die Unternehmer oder die Startups, die in DM, sag ich mal, ihre Produkte verkaufen wollen, auch überzeugen, dass das der richtige Platz ist. Also auch hier findet ja ein Storytelling statt und ich glaube, das wird nur Identifikation geben, wenn du sagst, ich stehe für, ich stehe für Nachhaltigkeit, ich stehe für, weiß ich nicht, unterstütze gewisse Projekte, ich sorge dafür, dass unsere Mitarbeiter fair bezahlt werden, etc. pp. Also das ist halt so die allergrößte Vision. Und wenn es dann an das Storytelling der einzelnen Produkte geht, kann man es, glaube ich, immer weiter runterbrechen. Also dann gucke ich, okay, habe ich vielleicht 100 Produkte, die sich an Best-Ager richten. Unter diesen Best-Ager-Produkte habe ich davon vielleicht 100 Produkte, sie es nur an Frauen richten, 100, die sich nur an Männer oder nur an Eltern richten. Und ich glaube, so eine richtig effiziente Storytelling ist dann im Detail, ehrlicherweise, nur möglich, wenn man das immer weiter runterbricht und guckt, wen will ich am Ende erreichen und vor allem, was will ich von dieser Person, außer, dass mein Produkt verkauft wird. Also soll diese Person wie beispielsweise bei L'Oreal, ohne dass ich jetzt im Marketing bei denen stecke, aber soll das die Hoffnung auf ewige Schönheit oder auf Gesundheit oder auf Nachhaltigkeit wecken? Was sind so diese Kernthemen? Und ich glaube, früher, also ich spreche jetzt mal vor Internetzeiten, musste man sich diese Frage gar nicht wirklich stellen. Zumindest nicht so in dem Stil wie heute, weil der Wettbewerb einfach viel, viel größer geworden ist. Aber die Frage, die du mir gerade gestellt hast, muss ich ganz ehrlich sagen, ist sehr komplex und ich glaube, man muss die im Zweifel wirklich an einem echten Case beantworten. Ja, genau. Und ich glaube, du hast ein super Beispiel. Mir fiel es gerade ein, DM, die waren bei mir in einem anderen Podcast und die machen das eigentlich super. Die haben einen Ratgeber neben dem Online-Shop und die versuchen dann für die jeweiligen Produktbereiche, ich sage jetzt mal so, eigene Content-Welten zu bauen und zu schaffen. Also beispielsweise das Thema Beauty, das, was du auch gesagt hast, das kann man ja runterbrechen von, ich hätte bald gesagt, so ein Styling-Guide, was kann ich an Beauty-Produkten nutzen, wenn ich irgendwie eingeladen bin auf einem Ball in einer Party eingeladen bin und das kombinieren die sehr geschickt mit den Kategorie- und Produktseiten, wo dann, ich sage mal, so eine Kombination aus Produkt und Ratgeber, also Hilfestellung und Tipps erfolgt und das haben die sehr schön aufbereitet, kann man sich gerne mal anschauen. Und ein zweites Beispiel, was mir einfällt, ich glaube, das ist auch nochmal sehr schön, ist Patex. Die haben auf der einen Seite einen Ratgeber, wie man mit dem Kleber bestimmte Dinge machen kann, also wirklich, wie kann ich jetzt zum Beispiel verhindern, wenn ich Klebstoff am Finger habe, wie kann ich das entsprechend vom Finger bekommen. Die haben aber auch einen Bereich, das nennt sich so Inspirationsecken, wo sie, ich sage mal, ein Schlüsselbord, wie kann ich das selber kleben, DIY-Sachen, erzählen da auch Geschichten drum, genau sowas. Und das kannst du ja sehr schön kombinieren dann auch mit, ich sage mal, Text, Video, Bild, das auf Social Media posten. Also das sind, glaube ich, nochmal so zwei ganz gute Beispiele, wie man das sehr schön kombinieren kann. Beides unterschiedliche Herangehensweisen, der eine ist wirklich so, ich will mal sagen, reiner Händler, der andere ist eher so Hersteller in Kombination mit, wie kann ich auf meine Marke, auf mein Produkt einzahlen. Also zwei unterschiedliche Herangehensweisen, die aber wunderbar funktionieren, weil sie ja wirklich authentisch sind. Man sieht das, es sind auch teilweise Externe, die da helfen und entsprechend ja so Cases halt bauen, wie sie halt die Produkte halt verwenden. Richtig. Das ist dann auch so eine Art von Authentizität, wenn sie dann vielleicht sogar noch von Externen, die ich so mal dem Unternehmen zwar wohlgesonnen sind, aber nicht das Unternehmen auch nochmal so eine andere Strahlkraft entwickeln. Ja, da fallen mir eigentlich gleich zwei Aspekte ein. Also grundsätzlich habe ich gerade noch mal über das Wort Authentizität nachgedacht und ich finde, wenn man das im Unternehmenskontext benutzt, dann bedeutet das, dass es eigentlich auch immer nicht authentisch gibt. Und das finde ich eigentlich problematisch, weil ein Unternehmen sollte ja in dem Sinne immer authentisch sein, alles andere wäre ja eine Produktlüge. Und in dem Kontext finde ich Authentizität eigentlich gar nicht so passend, sondern was ich eigentlich viel besser finde, und da sind wir jetzt wieder beim Thema Community, habe ich wirklich die Lebenswelt meiner Kunden oder meiner Zielgruppe verstanden. Und zwar nicht einfach nur, wann wollen die shoppen, was brauchen die, wie kaufen die am liebsten ein, sondern was sind außerhalb des Produktes Fragestellungen, Herausforderungen, Bedürfnisse, etc. pp. Und wenn ich da Content-mäßig reingehe, bin ich gar nicht so weit entfernt davon, das Gleiche zu machen, wie im Endeffekt ein super guter YouTube-Kanal oder Magazin. Also es ist wirklich, wenn du es so runterbrichst, immer das Gleiche. Ich kann jetzt mal aus meiner Erfahrung sprechen, ich war bei der Deutschen Presseagentur, was haben wir da für verschiedene Content-Pieces angeboten? Wir hatten die News, ja, wir wollten Leute zu den neuesten Sachen auf den Laufen halten, ganz klar, das war das Kerngeschäft. Dann hatten wir aber auch den sogenannten Themendienst, der hat sich eigentlich nur um Service-Stücke gekümmert, also zum Thema, wie wechsle ich meine Winterreifen, welches Mückenspray ist eigentlich 2023 angesagt, wie stelle ich selbst umweltfreundliche Reinigungsmittel her und so weiter und so fort. Die Sachen haben wir dann verkauft und natürlich haben wir jetzt nicht den Text mit den Autoreifen an die Süddeutsche verkauft, außer die haben wirklich ein Ressort, das sich explizit um so eine Zielgruppe kümmert. Die Bild-Zeitung beispielsweise hat eigene Kanäle erschaffen auf Facebook damals noch zum Thema Wrestling. Also da gab es wirklich nur Content zum Thema Wrestling, weil die verstanden haben, es gibt so viele Hardcore-Fans da draußen, das sind vielleicht nicht massenweise Leute, also es ist noch sehr nischig, aber diese Zielgruppe, die liebt diesen Content so sehr, dass sie wirklich zu so heavy Usern wird oder was anderes zum Thema so Magic und Zauberei und so Geschichten, Astrologie, auch hier haben die verstanden, ihre Zahlen hingeguckt, okay, wir gehen da all in, weil das wird sich verkaufen. Und glaube ich, je mehr wir als Unternehmen mit unseren Menschen sprechen und damit meine ich nicht einfach nur eine Umfrage, ich habe das Gleiche ehrlicherweise natürlich in viel, viel kleinere Dimensionen mit meinen Newsletter-Abonnenten gemacht. Ich habe zuerst eine klassische quantitative Umfrage in meinem Newsletter gestartet und gesagt, hey, was sind eigentlich eure Themen, wenn ihr das ranken müsstet von A bis Z, was wären die wichtigsten Sachen, was interessiert euch beim Storytelling am meisten, was sind eure größten Probleme und die letzte Frage war dann, darf ich mal mit euch reden? Habt ihr irgendwie 20 Minuten eurer Zeit, die ihr mir schenken könnt? Und es haben sich so viele Leute gemeldet, ich habe niemals damit gerechnet, sodass ich dann eben in der Lage war, auch mit denen One-on-ones zu machen und das war super spannend für mich, weil erstens mal habe ich verstanden, was ich nicht wusste und zweitens habe ich nochmal ganz neue Impulse bekommen, in welche Richtung ich halt meine Brand ausrichten kann und ich glaube, alles, was im Großen funktioniert, funktioniert im Kleinen und vice versa. Absolut. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen über ungenutzte Potenziale und Chancen sprechen. Das hört sich ja in der Theorie erstmal sehr einfach an. Wie schaffe ich es denn als Unternehmen, genau diese ungenutzten Potenziale zu identifizieren, bevor wir dann auf den nächsten Schritt kommen, was die Umsetzung angeht. Hast du da Tipps? Hast du ein konkretes Beispiel? Ne, es geht eigentlich nur darum, herauszufinden, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen bin, sagen wir mal ein Industrieunternehmen und ich habe mir jetzt gedacht, ich will ins Storytelling einsteigen, weil ich mehr auf meine Brand, auf meine Produkte einzahlen möchte. Jetzt habe ich ja die große Auswahl von verschiedenen Social Networks. Jetzt stellen sich ja viele Fragen, erstmal was ist mein Social Network? Was sind die Formate? Wie kann ich mich fokussieren auf die, die wirklich erfolgreich sind? Und vielleicht habe ich das eine oder andere schon getestet und habe erstmal die Erfahrung gemacht, das funktioniert irgendwie nicht, weil ich eben genau die Potenziale nicht identifiziert habe, die für mich relevant wären. Was ist so da deine Idee und deine Herangehensweise? Also als Unternehmen würde ich auf jeden Fall auch erstmal gucken, wieder, wer ist meine Zielgruppe? Ist meine Zielgruppe eher businessaffin, gehe ich vielleicht eher auf LinkedIn. Ist meine Zielgruppe jünger, gehe ich vielleicht eher auf TikTok. Ist bei meinem Produkt wahnsinnig viel Erklärungsbedarf, bietet sich YouTube an, weil dazu kann ich Videos drehen. Ist meine Zielgruppe viel unterwegs, ich weiß es nicht, steht vielleicht viel, als Mutter kann ich das jetzt mal sagen, zu Hause, die kochen was, die rennen draus mit dem Kinderwagen rum, hören die viel Podcast. Also eine Mutter, die wird jetzt nicht Zeit haben, sich stundenlange YouTube-Videos reinzuziehen. Da muss man eben ganz klar wieder das Nutzungsverhalten seiner Kunden analysieren, idealerweise mit denen ins Gespräch gehen und vielleicht auch mal so einen kleinen Testpiloten starten, bevor man jetzt eine komplette Strategie und ein Konzept auf etwas aufbaut, was dann am Ende wirklich so den Case verfehlt oder das Ziel. Also ich würde da auch genauso wie mit einem Produkt, mit einem Piloten arbeiten und ich war auch mal beim RBB, also beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die haben ein Projekt und ein Format entwickelt und die haben als Ziel gehabt, auf Instagram zu gehen und die Zielgruppe war relativ jung und bevor die aber massiv viel Geld da reingesteckt haben, haben die gesagt, okay, wir schnappen uns jetzt erstmal zehn dieser Prototypen und zwar echte Menschen, die uns Feedback geben, ob das überhaupt gut ankommt. Also ich glaube da, wenn man wirklich Geld in die Hand nehmen möchte und als Unternehmen sagt, okay, starte da jetzt durch, dann muss man damit auch rechnen, dass es kostet, weil gerade im Content-Bereich musst du einen langen Atem haben, das heißt, du musst auf jeden Fall Budget einplanen, du musst über längere Zeit ein Budget einplanen und du darfst dich auch nicht, ich sag mal, du darfst nicht aufgeben nach zwei Monaten, nur weil du noch keinen viralen Hit gelandet hast. Also man, je nachdem, auf welchem Wissensstand die Leute und die Mitarbeiter eben sind am Anfang, kann es halt länger oder kürzer dauern. Also wie gesagt, zuerst vielleicht einen Testballon starten, Piloten aufsetzen, Zielgruppe analysieren, Plattform definieren und dann kommt es wirklich ganz, ganz klar darauf an, wie die Mechanik der einzelnen Plattformen ist. In meinem Fall zum Beispiel ist LinkedIn super wichtig, genauso aber auch Newsletter. Beides ist bei mir wahnsinnig eng aneinander gekoppelt und ich beispielsweise sehe eine massive Chance im Bereich Newsletter. Klingt jetzt erstmal altmodisch und mancher Hörer denkt sich jetzt, Moment, das sind doch eigentlich immer die E-Mails, die ich löschen möchte. Ich sehe das eigentlich komplett anders, weil ich habe einen ganz fokussierten Blick in die USA und da sind Newsletter eigentlich gerade so auf dem Erfolgsmarsch und wenn man auch sieht, wie viele Startups rund um Newsletter gebaut werden, um Menschen, die Newsletter schreiben, zu helfen, ist mir eigentlich klar, wie groß das Potenzial und der Markt ist und das gilt auch für Unternehmen und hier kannst du im Endeffekt als Unternehmen eine exzellente, exzellente, ich sag mal, Leistung abgeben, wenn du einen richtig guten Magazin, Newsletter aufsetzt beziehungsweise einen Newsletter, der ein Magazin Charakter hat. Also anstatt einen Print rauszugeben oder anstatt einen Blog zu starten auf deiner Seite, to be honest, lese ich nie, nur weil DM eine Seite hat, okay, außer jetzt vielleicht Alnatura, die haben dann irgendwie coole Rezepte, da gehe ich ab und zu mal drauf, aber ich bin ganz ehrlich, wenn ein richtig guter Newsletter bei mir im Postfach landet, der keine Werbung oder ich sag mal nur platte Werbung beinhaltet, sondern ich lese die wirklich und ich kriege das Feedback von meinen Lesern, das ist so einer der aller, allerwenigsten Newsletter im deutschsprachigen Raum ist, den sie überhaupt lesen, weil ich mich allerdings aber auch wieder in die USA orientiert habe und sehr genau studiert habe, was die da drüben machen und das sind Branchenexperten, die teilen ihr Wissen, die teilen ihr Hacks, alles, was wir eigentlich gerade auch schon besprochen haben, Servicecharakter etc. pp. und ich glaube, wenn man das zum Beispiel auch als Unternehmen in Erwägung zieht, ist es super spannend, weil Newsletter natürlich auch viel weniger Equipment bedarf. Also wenn ich jetzt den Plan habe, einen YouTube-Kanal hochzuziehen, muss ich wissen, ich brauche Videographer, ich brauche Experten, die Thumbnails bauen können, also diese Grafiken, die man am Anfang des Videos sieht und ich kann dir sagen, in den USA verdient ein richtig guter Thumbnail-Bauer, so heißen die, bis zu 100.000 Dollar im Jahr, weil die so entscheidend darüber sind, ob das Video gut performt oder nicht. Also das ist ja auch eine Budgetfrage. Bei einem Newsletter in Anführungsstrichen brauche ich nur, wirklich in Anführungsstrichen, einen richtig guten Journalisten, aber eben kein Kameraequipment, keine Tonbearbeitung, kein Studio vielleicht, kein krasses Setup. Also das sind natürlich auch Fragen, die man sich bei so einem Format stellen muss. Wie hoch ist mein Budget? Wie viel Aufwand will ich da reinstecken? Und erweitern kann man es immer noch. Ich glaube allerdings, wenn man sich das Commitment einholt, okay, wir machen das jetzt, dann sollte man auf jeden Fall sagen, wir testen es auf jeden Fall mal sechs Monate. Auch je nach Plattform. Was sind denn sonst noch, ja, was sind denn, absolut, ich habe mit dem Sven Kummer, ich glaube, vor zwei Podcast-Episoden genau über das Thema gesprochen. Er ist ja der Gründer von RapidMail, auch einem E-Mail-Dienstleister, wo wir auch immer wieder gesagt haben, das Klischee geistert ja immer wieder, die E-Mail sei tot. Und ich glaube, wir sind noch nicht so weit wie in den USA. Da gibt es genau, wie du gesagt hast, so richtig, richtig gute und große Business-Newsletter, wo man auch sogar ein Geschäftsmodell drum herum baut. Bei uns hier in Deutschland mit 26 Home, glaube ich, heißt es Immobilien-Newsletter, auch schon sehr weit. Ich glaube, 11.500 Abonnenten hat sie, baut darum ihr Business, ist auch so ein Branding-Aufbau, Community, gerade für junge Menschen, die sich mit Immobilien, Immobilienkauf und so beschäftigen. Also ich glaube, wenn man das in der Nische als Experten, genau wie du gesagt hast, aufbaust, ist das ein Potenzial, was, glaube ich, bei uns noch schlummert, muss ich noch so ein bisschen, ich glaube, aus den Kinderschulen wieder herauswachsen oder so diese zweite Welle, ähnlich wie das Podcast ja vor Jahren erfahren haben, bin ich absolut beide. Und vor allen Dingen, das, was du gesagt hast, ist es auch für mittelständische Unternehmen kein Riesen-Invest. Klar muss man natürlich die Zeit in den Inhalt investieren, der muss gut sein, das schreibt man auch nicht in einer Stunde oder in zwei, aber ich glaube, das Invest, wenn man das mal so eine gewisse Zeit lang durchzieht, das lohnt sich einfach und von daher war so die zweite oder die Frage, die sich daraus schließt, du sagst, du machst auch viel auf LinkedIn, ist für dich ein wichtiger Kanal plus Newsletter. Was machst du beispielsweise für Formate auf LinkedIn, die für dich wichtig sind, wo du sagst, das ist für mich auch ein wichtiger Kanal, um Storytelling zu betreiben für mein eigenes Unternehmen, für meine eigene Person? Gibt es da irgendwie Dinge, wo du besonders viel Wert drauf legst? Ja, also ich habe wahnsinnig viel über die Sinnhaftigkeit von LinkedIn für mich und das Nutzungsverhalten nachgedacht und ich glaube, wenn man, ich gehe jetzt mal so zwei, drei Jahre zurück, da dachte ich so, ah okay, LinkedIn mache ich mal und dann fängst du halt an zu posten und dann kriegst du Follower und gut, dann hatte ich natürlich Kooperationen mit großen Konzernen wie Google und Meta und ein Podcast mit Red Bull und dann habe ich da noch mehr Follower bekommen und es war auch alles schön und gut, aber ich habe mich schon ab und zu gefragt, so okay, und jetzt? Genau, als die Frage kam, habe ich dann irgendwann angefangen mit LinkedIn Speaker Gigs zu bekommen beziehungsweise Anfragen zu kriegen und okay, dann konnte ich durch meine Reichweite sowas natürlich auch monetarisieren und alles schön und gut, aber ich habe mich immer noch gefragt, okay, jetzt habe ich zwar irgendwie Geld damit verdient, aber was jetzt? Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so ein bisschen meine Strategie entwickelt und das habe ich auch on the fly gemacht, indem ich einfach wahnsinnig viel dazu recherchiert habe und auch geguckt habe, hey, wir machen das eigentlich wie ganz Großen, auch hier war der in den USA und ein wichtiger Satz, der mir echt hängen geblieben ist, wenn du nicht einen klaren Call to Action hast und Social Media als den Handschlag siehst, der in das Haus führt, in dem du dein Produkt verkaufst, dann ist es eigentlich oftmals verschenkte Zeit. Das bedeutet eigentlich, dass jeder Post sehr viel Intention beinhalten muss. Also, wenn ich jetzt einen Post absetze, dann habe ich im Endeffekt zwei Ziele. Entweder ich will meine Reichweite dadurch steigern, das kann ich machen, indem ich gesellschaftsrelevante, polarisierende, kontroverse Themen teile, was natürlich wiederum auf meine Personal Brand einzahlt und um ein Beispiel zu nennen, ich habe was zum Thema Vereinbarkeit von Kind und Karriere gemacht, gut, damit erreiche ich zweieinhalb Millionen Leute und kriege über Nacht tausende Follower, das ist natürlich super, aber ich habe damit halt noch nichts verkauft, also das muss man sich einfach immer vor Augen halten, das klingt nach außen immer so, wow, da hat die Laura einen viralen Hit gelandet, schön und gut, aber wird trotzdem am Ende noch unter der Brücke schlafen, wenn es weitergeht. Und dann gibt es einfach die Posts, die erreichen vielleicht erstmal nicht so viele Leute, aber dafür die richtigen Leute und das ist deine kaufkräftige Zielgruppe und in meinem Fall ist es so, ich bin Journalistin und meine Mission ist es im Endeffekt, Menschen die Tools an die Hand zu geben, damit sie Medienhäuser innerhalb ihrer Firma oder auch ihrer Solopreneurschaft, wie auch immer man es nennen möchte, aufbauen können und denen einfach das ganze Wissen mitzugeben, das ich von der Pike auf gelernt habe, das ist einfach Schreiben. Ich finde Schreiben ist so das wichtigste und Inflationsrisiko-ärmste Tool, das man, glaube ich, in der Zukunft erlernen kann und wenn du jetzt meine Posts anguckst auf LinkedIn, dann fangen die mit einer persönlichen Geschichte an. Zum Beispiel habe ich jetzt heute, ich müsste jetzt mal kurz einen Post raussuchen, ich habe einige vorgeschrieben, davon gesprochen, dass ich, jetzt muss ich selber mal ganz kurz überlegen, es war super viel Input schon wieder, ach so, ja genau, dass ich nämlich als Mutter im ersten Jahr nach der Geburt unserer Tochter meinen Umsatz verdreifacht habe und das ist natürlich erstmal ein starker Hook, weil die Leute denken sich, wie kann das sein, das passt ja irgendwie nicht so zusammen, normalerweise steht man ja erstmal auf wackeligen Beinen nach der Geburt und arbeitet weniger, aber die Realität und das ist auch keine Lüge, weil ich halte mein Versprechen mit dem Post, also sonst wäre es Clickbait, die Antwort darauf ist, ich habe meine komplette Energie in Content gesteckt und ich habe geschrieben, ich habe geschrieben auf LinkedIn, ich habe geschrieben mein Newsletter, ich habe Speaker-Gigs geschrieben, ich habe Reden geschrieben, ich habe Social-Media-Skripte geschrieben und all das hat dazu geführt, dass ich massiv viel Content produziert habe, den ich wiederum monetarisieren konnte und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ich belasse es nicht bei diesem Post, der ja eigentlich schon sehr, ich sage mal, blöd auf Englisch, ich rede hier die ganze Zeit nur Englisch, also verzeiht mir, wenn ich mit solchen Worten um die Ecke komme, aber sehr insightful ist, also sehr viele Erkenntnisse mit sich trägt, führe ich danach die Leute auf mein Newsletter und sage, wenn ihr mehr meiner Learnings erfahren wollt, dann geht auf smartchiefs.substack.com und abonniert meinen Newsletter kostenfrei, der einmal die Woche in euer Postfach flattert und damit habe ich A, einen Service-Charakter gehabt, B, ich habe mein Produkt verkauft, weil ich habe den Leuten gezeigt, hey, passt mal auf, ich habe mit Schreiben Geld verdient, könnt ihr ja eigentlich auch machen, ich habe es aber jetzt nicht so, ich sage mal, needy oder irgendwie uncool beworben, sondern ich habe es halt einfach aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung heraus angepriesen und ich habe die Leute auf mein Newsletter weitergeleitet, was natürlich bedeutet, dass ich sie von einer Plattform auf meine Plattform lenke und die ist algorithmusfrei. Das ist nämlich auch nochmal, was halt wahnsinnig für Newsletter aus meiner Sicht spricht, weil du volle Kontrolle über deine Zielgruppe hast und deine Subscriber und eben nicht so abhängig bist von Algorithmen, der Anzahl der User. Ich meine, ich kann nur sagen, mein Newsletter beispielsweise, was auch wiederum spannend ist für alle die Unternehmen, die im Newsletter mal werben möchten. Die Öffnungsrate liegt bei 61%. Wenn ich mir jetzt angucke, wie viele Leute einen Instagram-Post sehen und zwar bei Leuten, die circa 10.000 Follower haben, was jetzt nicht so viel ist, wenn ich mir denke, es gibt Leute, die haben zwei Millionen, aber auch da sehen die Leute gerade mal, ich glaube, die Statistik liegt bei 1,3%. Das ist ja gar nichts. Wenn ich einen Account habe, der ein, zwei Millionen Follower hat, dann ist es natürlich prozentual noch viel weniger. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, vielleicht so 0,6%. Es ist nichts und dafür zahlen die Firmen so, so, so viel Geld. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein Newsletter von einer Creatorin oder einem Creator, das ist ein Branchenexperte, der schreibt nur über Technik, über neue Features, Kameras, was auch immer. Ich habe eine Kamera in meinem Laden, ich möchte die verkaufen. Der hat vielleicht nur 20.000 Leser oder 10.000, aber der hat eine Öffnungsrate von 60 committeten Fans, womit wir wieder bei der Community sind, weil dieser Mensch hat seine Community verstanden und ich bewerbe mein Produkt da drin, dann sehen fast 20.000 Leute wirklich diesen Post und das wirst du auf Instagram oder auf anderen Kanälen selten erreichen, außer du nimmst richtig viel Kohle in die Hand. Absolut. Was würdest du denn sagen, wenn du es jetzt mal selber aus der eigenen Erfahrung siehst, welche Arten von Geschichten funktionieren denn besonders gut? Es gibt unterschiedliche Zielsetzungen, du hast es eben gesagt, es gibt den Post, der viral geht, der aber nicht auf dein Business einzahlt, dann gibt es den, der auf dein Business einzahlt, vielleicht nicht so die Reichweite hat, aber was sind so deine Erfahrungen, welche Geschichten funktionieren? Die, du hast gesagt, die immer deine persönliche Erfahrung zunächst mal in den Fokus nehmen, dass das du erlebt hast, dass deine Erfahrungen sind, dass deine Meinung ist und um indirekt dann, ich sag mal, die Community aufzubauen, dass sie dich gut finden, dass sie sich mit dir beschäftigen, mit deinen Produkten, die du anbietest. Was sind so, was ist so deine Strategie? Also es gibt unterschiedliche Formate, sag ich mal, ich kann mal ganz kurz selber hier in meine, ich habe nämlich tatsächlich eine komplette Liste für mich selber angelegt, also es gibt verschiedene Fragen, die ich mir zum Beispiel stelle. Die eine ist, was kann ich anderen beibringen? Die Frage kann sich jeder stellen. Jeder hat irgendwas in seinem Leben, was er kann. Die zweite Frage ist, was ist mir während meiner eigenen Karriere aufgefallen auf meinem Weg von A bis B? Und was A und was B ist, kann total unterschiedlich sein. Der Student sagt, zwischen Abi und meinem ersten Job. Ich sage zum Beispiel zwischen meiner Kündigung und dem Punkt, wo ich jetzt bin, meiner Selbstständigkeit. Also auch ein Unternehmen kann sich das im Endeffekt stellen. Jeder Founder da draußen kann rausgehen mit einer Gründungsgeschichte. Was habe ich gelernt zwischen ich hatte 0 Euro und bin jetzt bei einem Umsatz von einer Million? Also das ist auch super spannend, glaube ich, für alle Gründer da draußen, die mit dem Gedanken spielen, mehr Content zu veröffentlichen. Die dritte Frage ist, wie unterscheidet sich das, was andere denken oder sagen? Und das finde ich halt super spannend, weil ganz viel Content auf Social Media ist wahnsinnig austauschbar, 0,0 inspirierend. Was bedeutet auch, die meisten Leute nehmen sich überhaupt gar keine Zeit, sondern die gehen irgendwo hin, denken sich, ah ja, funktioniert, gebe ich auch mal meinen Senf dazu und ich finde es ehrlicherweise sterbenslangweilig. Aber wenn dann mal Leute rausgehen und eine konträre Meinung haben, die aber auch wirklich unterstützt ist durch gute Recherche, finde ich das wahnsinnig faszinierend und ich muss ganz ehrlich sagen, solchen Leuten folge ich lieber, auch wenn die nicht immer meine Meinung teilen, als dass ich halt überall den gleichen Scheiß lese. Muss man ganz platt so sagen. Was auch immer super funktioniert, welche Tools oder Lektionen kann ich in Listenform teilen? Also wir haben bei der DPA immer von dem Wort Listicle geredet. Das können Sachen so, fünf Sachen, die ich während dem Remote-Arbeiten in Asien gelernt habe, habe ich heute erst veröffentlicht. Oder das können sein, fünf Tipps, bleiben wir mal wieder beim Auto von vorhin, wie ich mein Auto winterfest mache oder Sommerfest oder was auch immer. Dazu kann, glaube ich, auch jedes Unternehmen was teilen. Dann Frage Nummer fünf, wie kam es überhaupt dazu, dass ich heute gewisse Meilensteine erreicht habe? Also, ich habe da auch gestern was dazu gepostet. Ich habe zum Beispiel ein Angebot von einem Business Angel bekommen, einem sehr renommierten Mann, das ich abgesagt habe. Warum? Weil ich gesagt habe, ich will meine Unabhängigkeit bewahren. Ich habe mein Business gebootstrapped, alles komplett selbst finanziert und dafür habe ich aber auch voll Kontrolle darüber. Das ist jetzt nicht das, was jeder machen würde und manche haben sich auch gedacht, die ist wahrscheinlich total durchgeknallt, wie kann der das machen? Es ist aber ein Wert, für den ich stehe und Menschen, die mir folgen, die ähnliche Werte teilen, für die war das ein sehr, sehr mutiger Schritt und jeder hat in seinem Leben, wenn er mal zurückkommt, selbst wenn es das Leben einer Firma ist, Meilensteine erreicht, auf die man stolz sein kann und die einen dorthin gebracht haben, wo man heute steht. Frage Nummer sechs, welches Problem hatte ich selbst und wie habe ich es gelöst? Das ist eigentlich so ein absoluter No-Brainer für mich, weil ich habe jede Woche zig Probleme, die ich lösen muss und wenn man sich da einfach nur mal hinsetzt und in sich geht und jeden Abend fünf Sätze dazu schreibt, dann hat man eigentlich schon sieben LinkedIn-Posts pro Woche und ich glaube, das gleiche gilt für eine Firma. Auch hier kann man wieder mit der Kundschaft ins Gespräch kommen, was habt ihr eigentlich für Probleme und dann überlegt man in der Redaktion, cool, wie können wir die eigentlich für diese Leute lösen und je mehr Menschen dieses Problem haben, umso besser, desto besser wird nämlich auch dein Content performen und ich glaube ganz stark daran, wenn eben etwas Service-Charakter hat, dann wird es halt von Leuten sehr gerne angenommen. Leute wollen Problemlösungen. Absolut. Ja, ja, absolut. Jetzt ist das eine zu identifizieren, was sind die Inhalte, was kann ich posten, wie kann ich das in Storytelling aufbauen. Jetzt bin ich ja sehr schnell auch dann irgendwann wieder bei dem Thema ungenutzte Potenziale und da würde mich natürlich interessieren, wie identifizierst du die für dich? Also jetzt zu sagen, jetzt habe ich das Thema und jetzt sind ja viele weitere Fragestellungen. Wie bereite ich das auf? Welche Content-Formate spiele ich? Welche funktionieren gut? Wir wissen, bei LinkedIn funktioniert, was ich bis heute noch nicht verstehen kann, Video nicht so gut wie Bilder, obwohl Videos ja eigentlich immer mehr in den Fokus geraten auf verschiedensten Plattformen. Also auch das muss ich mir ja immer wieder hinterfragen. Wie machst du das, um herauszufinden, was hat gut funktioniert, wo sind vielleicht Potenziale, die ich liegen gelassen habe, weil du vielleicht sehr viel getestet hast und dann hätte ich das mit einem anderen Content-Format beispielsweise bespielt. Hätte ich vielleicht noch mehr Reichweite aufbauen können oder gehst du da ganz strukturiert vor, guckst dir die Statistiken an, um da Analysen zu machen. Also ist es bei dir eher Bauchgefühl oder eher schon, ja, ich sag mal, Konzept und wirkliche Analyse auch anhand von Daten oder Zahlen, Daten, Fakten, wie man so schön sagt. Wie machst du das? Also am Anfang war ich ganz klar der Bauchmensch. Inzwischen bin ich es gar nicht mehr so sehr, weil Bauchgefühl ist natürlich gut, aber als Firma würde ich mich niemals nur aufs Bauchgefühl verlassen, weil da sind ja ganz viele Bäuche in der Redaktion. und Zahlen sind schon super spannend, wenn man seinen Content wirklich optimieren will. Bei mir sind die Themen, die ich zwar schreibe, oftmals auch so ein Mix aus, ich sag mal, Analyse und Strategie, weil ich natürlich, wie ich eingangs erwähnt habe, ein Ziel damit verfolge. Dann gibt es aber auch wieder komplette Impuls-Posts, die ich jetzt aber als Firma wahrscheinlich eher nicht schreiben würde. Also da verfolgt man ja auch nicht sein eigenes Ziel, sondern das Ziel der Firma und natürlich kann man spontane Ideen haben. Allerdings bin ich wahrscheinlich nicht, wenn ich in einer größeren Firma arbeite, der einzige Mensch, der da das Sagen hat und vor allem auch den Content schreibt. Ich würde mir auf jeden Fall wirklich je nach Plattform ganz genau anhören durch Podcasts von anderen Creators, die auf dieser Plattform unterwegs sind, YouTube-Videos. Also ich würde mir echt pro Plattform einfach so drei, vier, fünf Player raussuchen, die Erfahrungswerte teilen können, die immer up-to-date sind. Da gibt es auch hier wieder perfekt kuratierte Newsletter, Podcasts, YouTube-Videos, die nur über solche Besonderheiten der Plattform sprechen. Und dann würde ich mich auch wieder fragen, was liegt halt in meinem Möglichen? Also ich habe auch mal ein Video gedreht für LinkedIn, hat 0,0 performt. Und dann habe ich, was witzigerweise eine Auftragsarbeit für eine Telekommunikationsfirma war. Und ich habe mir eigentlich vorher schon gedacht, Leute, das Video wird nicht laufen. Ich habe es denen auch gesagt, aber die wollten unbedingt Video ausprobieren. Und ich habe die Bestätigung meiner Hypothese dann nicht nur anhand meiner eigenen Zahlen gesehen, sondern halt auch noch mal in einem Podcast gehört, der eine komplette LinkedIn-Studie von A bis Z durchgesprochen und analysiert hat mit seinen eigenen Erfahrungswerten. Und das war halt einfach Gold wert, das zu hören. Also ich glaube, jeder, der überlegt, auf eine bestimmte Plattform zu gehen, muss sich halt vorher einfach komplett damit auseinandersetzen und dann natürlich auch viel testen. Also da ist jetzt nicht eine Regel, funktioniert bei allen. Es kommt auch so ein bisschen halt auf meine Reichweite an. Was ich ganz spannend finde, viele teilen ja so Inspiration und irgendwelche Zitate, die so ein bisschen zum Nachdenken anregen sollen. Aber ich muss immer so innerlich ein bisschen grinsen, weil wenn ich gerade mal zehn Follower habe, dann bin ich keine Autorität, die irgendwelche Leute zum Nachdenken inspiriert, sondern da sollte ich vielleicht auch erst mal ein bisschen Mehrwert bringen und nicht jetzt denken, dass ich der nächste Nawal Ravikant bin, der Leute jetzt mit seiner Philosophie inspiriert, wenn mich da halt noch kein Mensch kennt. Dann finde ich es halt ein bisschen lächerlich, wenn ich ehrlich bin. Also der Content wird sich ändern, glaube ich, mit der Reichweite oder wenn ich mir jetzt angucke, dass viele Leute oder große Creator auch Q&As machen, ist natürlich super. Ich finde das auch spannend, wenn mich Leute zehn Fragen fragen, die ich dann mit meiner Expertise beantworten kann. Aber wenn ich halt noch keine Follower habe, dann werden auch keine Fragen reinkommen. Also solche Formate bieten sich dann natürlich nicht an. Da muss ich einfach ganz klar gucken, was macht denn aktuell überhaupt schon Sinn mit meiner Reichweite? Habe ich überhaupt schon eine? Wenn ich gar keine Reichweite habe, kann ich natürlich auch überlegen, ob ich mich mit größeren Leuten zusammenschließe und die dann bei mir ins Boot hole. Aber auch hier kann ich aus Erfahrung sagen, es kommt nicht darauf an, wie groß der Mensch ist, sondern wie wichtig das Thema ist. Wenn wir bei Business Insider, da hatte ich übrigens auch jahrelang eine Kolumne, einen Text mit Elon Musk veröffentlicht haben, hat es nicht garantiert, dass der durch die Decke ging, sondern es ging nur durch die Decke, wenn das, was Elon Musk gesagt hat, spannend war. Also erfolgreiche Menschen sind kein Garant für Reichweite. Und genau, jetzt hast du noch genauer zu diesem ungenutzten Potenzial gefragt. Ja, mit Sicherheit gibt es viele Sachen, die ich auch noch nicht getestet habe. Und es ist immer eine Kapazitätsfrage. Aber ich versuche mich einfach peu à peu durchzuarbeiten und vor allem das zu machen, was für mich funktioniert. Also ich bin halt auch immer mega darauf bedacht, dass ich darauf achte, dass es meine Kreativität erhält und sie mich zerstört. Und ich weiß beispielsweise, wenn ich auf TikTok, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter gleichermaßen aktiv wäre, dann wäre ich zwar auf allen Plattformen aktiv, aber hätte wahrscheinlich 0,0 Zeit mehr mit meiner Tochter. Und das möchte ich halt auch nicht. Das ist jetzt natürlich eine sehr persönliche Sache, die man sich als Unternehmen aber auch stellen kann. Da geht es dann wahrscheinlich nicht ums eigene Kind, sondern da geht es vielleicht darum, okay, dann habe ich vielleicht krass viele Mitarbeiter, die ich aber gar nicht alle managen kann. Oder ich habe überhaupt keinen Überblick, was die überhaupt für eine Arbeit leisten, bezahle die alle und habe aber relativ wenig Erfolg auf den einzelnen Plattformen. Oder ich sage, gut, ich hole mir wenige Leute ins Team, aber die sind komplett überarbeitet und im Burnout, da habe ich auch nichts gekonnt, weil dann fallen die aus und dann kann ich die Frequenz auf den Plattformen gar nicht mehr halten. Also dementsprechend würde ich, glaube ich, eher darauf achten, dass man sich ein smartes Content-System überlegt. Und das mache ich halt auch, dass ich sogenannte Haupt-Content habe. Das sind längere Stücke wie beispielsweise mein Newsletter. Aus dem Newsletter kann ich ein YouTube-Skript machen. Aus dem Newsletter kann ich ein Post für LinkedIn machen. Und zwar einen, bevor ich den Newsletter raushaue. Dann nochmal eine Zusammenfassung für danach. Dann kann ich daraus ein Reel machen für Instagram. Dann könnte ich theoretisch daraus ein Video für TikTok machen. Dann könnte ich daraus theoretisch ein Tweet machen für Twitter. Also so wird Content recycelt. So heißt das auch im klassischen Sinne. Und da kann man natürlich selber schon mal viel experimentieren, welches funktioniert, welches Format und welches nicht. Und man hat aber trotzdem eigentlich nur einen Inhalt geschrieben. Absolut. Vor allen Dingen eine smarte Lösung. Wir machen das genauso bei Patreon, dass wir sagen, wir machen Webinare sehr viele. Und aus den Webinaren werden dann zum Beispiel YouTube-Shorts oder für TikTok sind wir die am Aufbereiten. Das sind wir gerade in der Planung, das zu machen. Das wird gerade so ein Stock aufbereitet. Und ich bin auch ein großer Freund davon. Bei mir ist es meistens dann ein Blog, ein Fachartikel, ein Blogartikel. Der wird dann zum Podcast, der wird dann vielleicht zum Video. Der wird aus dem Video, dann werden die Shorts. Und so kann ich diese, in Anführungszeichen, ungenutzten Potenziale identifizieren. Wir wissen heute auch noch nicht, ob das funktioniert. Oder man weiß es ja häufig am Anfang nicht. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den hast du genannt. Und das sehen wir auch bei uns, bei unseren Kunden, ist, dass oftmals die Geduld fehlt oder der lange Atem, wie du es nennen willst, die einfach sagen, ich habe das jetzt zwei, drei Wochen gemacht, das bringt nichts. Und ich glaube, das ist so das Falsche, wenn man das nicht mit einer gewissen Konsequenz macht, nicht mit einer gewissen Ausdauer. Du hast eben mal von sechs Monaten gesprochen. Ich würde sogar sagen, so sechs bis zwölf Monate, eher so Richtung zwölf Monate, hängt so ein bisschen davon ab, was man natürlich macht. Und wo man überall Sichtbarkeit aufbauen will. Jetzt bei uns im SEO- und Content-Bereich tendiert es eher Richtung zwölf Monate, wo Ergebnisse zu sehen sind und wo sich dann die Spreu vom Walzen, wie ich immer so schön sage, trennt. Aber ich glaube, das ist einfach ein total wichtiger Tipp und Hinweis, dass man das Content-Recycling einfach wirklich konsequent betreibt. Und es ist oftmals so einfach, aus einem Beispiel, so einem Webinar-Video, einen Short zu machen, einen schönen Hintergrund zu designen und das dann auf den verschiedenen Kanälen und Social-Media-Kanälen zu pushen, um einfach mal zu sehen. Und ich sehe es immer so als Proof of Concept. Wenn das funktioniert, dann macht es einfach Sinn, da weiterzumachen. Oder ich weiß nicht, ob du das auch mal gemacht hast. Eine Idee ist ja auch zu sagen, wenn ich einen Kanal testen will, und ich habe keine Reichweite, dann kann ich natürlich auf der einen Seite Social-Ads schalten, da halte ich nicht so sonderlich viel von. Genau, sehr teuer. Aber was man mal machen kann, eine Kooperation mit einem, der schon eine gewisse Reichweite hat, um einfach auch mal zu sehen, wie ist die Reaktion? Wie ist so der Output hinten raus? Weil es geht ja nicht immer darum, nur auf den eigenen Brand einzuzahlen mit seinem Inhalt, sondern einfach Erfahrungen zu sammeln. Wie sind Interaktionen? Wie ist die Reaktion? Macht es überhaupt Sinn, in die Kanäle aufzubauen, wenn die Zielgruppe sind? Also da gibt es ja, glaube ich, schon viele Ansatzpunkte, die man, wenn man sie schlau umsetzt, auch, ich sage jetzt mal, gerade was das Marketingbudget angeht, ja schonen kann und sich wirklich fokussieren kann auf die wesentlichen Dinge dann. Total. Du hast allerdings gerade gesagt, dann kann man das ganz einfach machen. Ich finde, es ist simple but not easy. Also es ist eigentlich, ist jeder Content, den man raushaut, eine Wissenschaft für sich, wenn man es richtig gut machen will. Und das merke ich immer wieder, also mein Verlobter und ich, wir könnten den ganzen Tag nur über Content reden und uns da komplett reinsteigern. Wie schaut das perfekte Thumbnail aus? Auf YouTube anders als auf Instagram. Wenn du auf LinkedIn einen Text schreibst, dann muss die erste Zeile ganz anders sein als bei einem Skript bei YouTube. Dann schreibe ich ein Newsletter, dann muss die Headline, die Betreffzeile, genau, muss entscheidend sein, aber die ist dann wiederum doch anders als die erste Zeile bei einem LinkedIn-Post. Und deswegen bin ich eigentlich, ich bin ein Freund davon, zu sagen, Content recyceln, aber ich bin auch zu sagen, mehr, ich bin auch ein Freund davon zu sagen, weniger und dafür halt besser, weil je mehr Erfahrung man eben sammelt und je mehr Erfolgserlebnisse man halt auch auf einer Plattform hat, desto größer ist A, die Motivation auf eine zweite zu gehen und sich da rein zu fuchsen, als zu denken, oh, das kommt ja gar nicht an. Dabei ist der Content an sich vielleicht gut, die Aufbereitung ist nur schlecht. Und dann ist es eigentlich schade, weil dann lässt man das ganze Projekt schneller fallen, als notwendig gewesen wäre, nur weil man eben seine Hausaufgaben nicht richtig gemacht hat. Und deswegen finde ich es auch fatal, Social-Media-Leute unterzubezahlen beziehungsweise zu denken, naja, die schreiben da halt ein bisschen, weil das ist eine Wissenschaft für sich. Und das ist das, was am Ende im Zweifel sogar die krassesten Abverkäufe erzielt. Und wenn man das stiefmütterlich behandelt, also ich werde ja auch nicht daran sparen, dass mein Tisch dann nur drei Beine hat. Aber oftmals habe ich das Gefühl, Content wird halt so abgetan, als ist ja nicht so wichtig. Und das ist eigentlich eine Schande. Also ich habe... Ja, und befreuert wird das Ganze natürlich jetzt über Chat, GPT und Co., wo es dann oftmals schon wieder heißt, oh, wir brauchen bald keine Texte mehr. Das macht dann bald eine künstliche Intelligenz für mich. Und dann sind wir wieder eine ganz andere Diskussion dabei. Genau das geht in die Kerbe rein, dass da so die Wertschätzung oftmals fehlt. Und vor allen Dingen auch das Verständnis, wie viel in Anführungszeichen Hirnschmalz man investieren muss, um wirklich a, die Plattformen zu verstehen, die Zielgruppe zu verstehen, die Mechanismen zu verstehen und dann aber auch noch so dynamisch im Kopf zu bleiben, um auch mal neue Dinge zu testen und die wieder zu hinterfragen. Wahnsinnig kreativ. Also es ist ein bisschen so, wie wenn du einen komplett eigenen Fernsehsender wie RTL aus dem Boden stampfst. Du kannst dir verschiedene Formate überlegen. Du musst die Reichweite verstehen, die Sendezeit, die Nutzerdaten analysieren. Wie lange bleiben die Leute dran? Wann springen die ab? Was hat das mit meinem Content zu tun? Und ich glaube so, das Allerwichtigste ist nicht, der Algorithmus ist schlecht, sondern wenn dein Content nicht performt, ist der Scheiße. Das müssen sich die Leute vor Augen halten, weil wenn der Content richtig, richtig gut ist, was schwierig ist. Also ich finde es auch immer noch schwierig, zu sagen, das geht viral. Ich denke manchmal, der Post, der wird gut ankommen und dann performt er aber nicht so gut. Bei anderen Posts denke ich mir so, ja, ist jetzt ganz nice, hau ich jetzt trotzdem mal raus, dann geht der steil. Es ist immer schwierig und es wird auch wahrscheinlich immer schwierig bleiben, aber man kann der Lösung durch eine smarte Analyse und ständiges Üben und Beobachten besser und näher kommen, würde ich sagen. Ja, absolut. Gibt es aus deiner Sicht Trends, Formate, die besonders gut jetzt gerade auch in Bezug auf Storytelling funktionieren oder wo du Erfahrung gemacht hast, dass da so ein gewisser Wandel stattgefunden hat in letzter Zeit? Ja, also wie gesagt, ich finde halt alles, was weiterbildet, super spannend. Wie gesagt, ich bin jetzt halt aktuell einfach ganz, ganz klar in dieser Newsletter-Schiene drin und stelle da meine Beobachtungen an. Ich kann hier halt auch sagen, ich teile oftmals einfach Learnings und wenn Menschen wissen, dass sie drei Sachen in diesem Newsletter lernen, dann ist natürlich die Erwartbarkeit da, dann wissen die, okay, ich lese das und verschwende meine Zeit nicht damit. Das Gleiche haben wir damals beim Podcast mit Red Bull Innovator Sessions auch so gemacht, dass wir ganz am Anfang das Versprechen gegeben haben, heute lernt ihr drei Sachen und das hat halt immer wahnsinnig gut funktioniert. Ich glaube, in der Kürze liegt die Würze, aber es muss nicht alles TikTok sein. Ich bin auch ehrlicherweise überhaupt nicht bewandert auf TikTok, da will ich mich überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen, aber nichtsdestotrotz bin ich auch nach wie vor einfach Fan von gut recherchierten Sachen, die gut kuratiert sind und wenn du mich nochmal nach dem Format fragst, ich glaube, es geht gar nicht mehr nur ums Createn, sondern auch ums Kuratieren und wenn eine Instanz, ob das jetzt eine Brand ist oder ein Unternehmen, in der Lage ist, Brancheninsights rauszufinden, zu teilen, das Ungewöhnliche, Neue, Andere auf die Agenda zu holen und Inhalte zu kuratieren, dann machen die sich damit, glaube ich, langfristig sehr beliebt, weil jeder will in seiner Zielgruppe, in seiner Community, in seiner Nische bestens informiert sein und deswegen ist es aus meiner Sicht auch die Curator-Economy und gar nicht mehr nur die Creator-Economy. Jetzt hast du ja viel Erfahrung selbst, aber auch über deine Storytelling-Akademie, über Feedback von deinen Kunden. Was sind so die häufigsten Fehler, die man in dem Zusammenhang machen kann, wenn du das mal so zusammenfasst? Ich würde sagen, zu schnell aufgeben, sich nicht richtig mit der Materie beschäftigen und an der Leser- oder Zuhörerschaft vorbeischießen, nicht die Lebenswelt der Menschen durchdringen und zu klassisch. auch fehlender Ressourcen-Fokus vielleicht, also dass man gar nicht so die Ressourcen, die Wichtigkeit des Kanals sieht? Ja, genau. Einerseits das, aber auch sich vielleicht manchmal zu hohe Ziele stecken und zu sagen, okay, ich will jetzt den krassesten YouTube-Kanal, aber ich habe gar kein Geld für ein richtig gutes Mikro und dann spare ich halt an der falschen Stelle und dann wird es nichts. deswegen gucken, was passt zu mir, was will ich erreichen und was braucht die Welt. Und umgekehrt, so die Tipps, wo du sagst, wenn einer mal einfach testen will, sich mit dem Thema noch nicht so richtig befasst hat, würdest du ihm eher empfehlen, was du eben geschildert hast, dass du anfangs vielleicht noch gar keinen so richtigen Plan hattest, sondern einfach mal gemacht hast oder würdest du rückblickend sagen, ich habe doch noch den anderen Tipp und Fehler, den ich nicht mehr machen würde, um eine Abkürzung nehmen zu können? Ich würde, glaube ich, wirklich ganz am Anfang die Frage stellen, was ist mein Ziel? Also was erhoffe ich mir eigentlich von meiner Präsenz? Und dadurch, dass ich ja wirklich einen komplett anderen Background habe und Journalistin war und das Storytelling an sich beherrscht habe und dann so ein bisschen in diese ganze Creator-Economie und Speaker-Geschichte reingeschlittert bin, also ich habe so quasi meine Karriere ein bisschen reverse-ingeniert, habe ich mir die Frage so nicht gestellt, aber jetzt im Nachhinein ist sie trotzdem mega relevant und wichtig, weil auch ich habe mir ja dann irgendwann gedacht, was will ich eigentlich auf der Plattform? Was ist mein Ziel, mein langfristiges? Und die Frage sollte sich, glaube ich, jeder direkt am Anfang stellen, auch wenn man die Antwort vielleicht noch nicht direkt weiß, ist, man muss sie immer, immer im Kopf haben und nachjustieren und bestmöglich nach seinen Mitteln und Kapazitäten versuchen zu beantworten. Ja, finde ich super. Also ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und als letzte Frage würde mich interessieren, siehst du Trends, die auf uns zurollen in dem Bereich? Also wenn man sie jetzt mal so die nächsten ein, zwei Jahre vielleicht einfach mal sieht, so ein bisschen in die berühmte Glaskugel schaut, was glaubst du, wo wird die Reise hingehen, schrägstrich hingehen müssen? Also ja, Content ist ja so oder so schon wahnsinnig wichtig. Ich glaube auch KMU, kleinere mittelständische Unternehmen, die müssen das für sich nutzen und begreifen und sich nicht denken, das ist nichts für mich, weil jeder hat da draußen eine Zielgruppe und die Zielgruppe wird jünger tendenziell oder die jüngere wird auch irgendwann die ältere, die man ja eigentlich anspricht, da auf keinen Fall den Ball verlieren und wenn du mich nach einem ganz spezifischen Trend fragst, ich lese immer wieder, dass Videopodcasts wahnsinnig wichtig sind. Muss auch schon laufen, ne? Also einfach nicht nur einen Podcast, sondern dass du wirklich ein Video dazu hast. Dementsprechend, ich glaube auch so oder so, das Video einfach ein wahnsinnig wichtiges Medium bleiben wird und vielleicht sogar noch immer wichtiger wird aus meiner Sicht, aber auf jeden Fall, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, Newsletter. Ich glaube sogar, ich würde noch einen Trend hinterherwerfen wollen, von dem ich eben so ein bisschen despektierlich drüber gesprochen habe, ist das Thema KI. Ich glaube, die Möglichkeiten, die sich ergeben und da sind wir wieder bei deinem Punkt Content Recycling, die über eine künstliche Intelligenz erfolgen kann, dass aus einem Blogbeitrag ein Podcast wird, dass aus einem Podcast vielleicht sogar oder umgekehrt aus einem Video ein Podcast generiert werden kann und das alles über, ich sage mal zum einen, Automatismen, also Automatisierung ist hier ein Thema, Künstliche Intelligenz, die das für uns vielleicht kanalspezifisch aufbereitet und es gibt ja hier sogar schon erste Modelle, die sogar die eigene Stimme innerhalb von wenigen Sekunden quasi identifizieren und umsetzen kann. Das klappt im Moment noch im englischsprachigen Wässer, im Deutschen noch nicht so gut, aber das ist aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit. Das heißt auch hier so das Thema Ressourceneffizienz via KI und via Content Recycling glaube ich, das ist ein Trend, den wir heute noch gar nicht so sehr abschätzen können, der uns aber in Zukunft glaube ich total viel Zeit ersparen wird. Ja, ich hoffe es ehrlicherweise auch. Und dann hältst du nochmal so als Solopreneur oder generell, um noch mehr so dieses, wie man so schön sagt, die Work-Life-Balance noch besser austarieren zu können, dann hast du ja noch mehr Möglichkeiten. Und das nicht nur als Solo-Selbstständige, sondern auch als Unternehmen. Also wenn ich dann einfach produktiver bin, effizienter in meinem Tun und kann mich vielleicht auf andere Dinge fokussieren, dann ist das glaube ich ein Thema, das wird uns alle nochmal auf ein ganz anderes Level bringen. Könnte ich mir vorstellen. Spannend. Absolut. Da können wir uns nächstes Jahr drüber unterhalten. Absolut, das machen wir. Laura, ich danke dir sehr für deine Zeit, mal für deinen Blickwinkel. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, was wir gelernt haben, ist, man muss es einfach mal machen, man muss die notwendige Leidenschaft haben und ich glaube, das Verständnis für die Zielgruppe, das ist ja das, was eigentlich man immer wieder im Marketing sagt, ob es eine Buyer-Persona ist, ob es das Verständnis für die Zielgruppe, für die Wünsche ist, um die zu befriedigen, Mehrwert zu liefern. Ich glaube, das sind so die Themen, die kann man so durch alle Marketingkanäle eigentlich durchziehen und es ist, glaube ich, das A und O, dieses Verständnis hier aufzubauen, zu entwickeln. Ich finde es ganz toll, wie du gesagt hast, ich habe einfach mal gefragt, wer hat denn Lust, mal sich mit mir auszutauschen. Ich glaube, das machen viel zu wenige Unternehmen, die auch einen extrem hohen, ich sage mal, Kontakt oder Kontaktstamm haben, einfach mal zu sagen, ich höre mal, wie findest du das, wie ist deine Meinung dazu und dass daraufhin dann neue Serviceleistungen, vielleicht sogar auch Produkte entstehen. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, der viel zu kurz kommt. Ja, absolut. Ja. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Ich danke dir sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. ائہ Vielen Dank.